So, nach einer kurzen Trinkspause geht es dann direkt weiter mit unserem spannenden Rennen. Ach, hier muss ich ja meine Fingerchen hinhalten. Und da fahren wir auch direkt weiter. Nämlich die Klippen runter. Das macht uns furchtbar viel Spaß. Und da sind wir auch immer dabei. Und da mach ich jetzt gleich nochmal. Ne, doch nicht. Tja, hab mich wieder auf den fünften Platz zurück katapultiert durch diese Scheiße, die ich da wieder auf V-Budiz hier troppte. Und verdammt, da ist ja unten gleich schon das Ziel. Naja, mit drittem kann man ja noch zufrieden sein. Enter, nochmal mehr Enter drücken. Naja, hilft ja auch nichts. Doch, jetzt kann man dann nochmal Enter drücken und dann gehen wir dann nochmal weiter. Da ist auf jeden Fall der Kanal schön eingebrochen. Haben wir schön live miterlebt. Oh, ne, der wollte ich jetzt eigentlich nicht nochmal erfahren. Eigentlich wollte ich ja jetzt in das Rennen ran. Oh, ne. Oh, ne. Das ist wieder ein... Wie heißt das jetzt genau? Eliminatorin? Na ja, kann man so auch nennen, wenn man das so möchte, ne? Aha. So, dann werden wir unsere Karre wieder schrottreif fahren. Auf welcher Strecke auch immer. Aha. Wieder das nette Fabrikgelände. Mal gucken, ob das Navi uns diesmal einen anderen Weg ausgesucht hat. Dann werden wir auf jeden Fall hier professionell durch die Gegend fahren. Erstmal professionell alle überholen. Welchen Wagen fahre ich eigentlich gerade? Ich habe da gerade überhaupt keine Ahnung. Ist das der Neue da oder... Neuer. Ich habe das wieder schon nicht mitgekriegt, was ich da ausgewählt habe. Aber durch diese aggressive Fahrweise, die ich gerade spüre, kann man schon fast garantieren, dass das der ist. Hm, das hörte sich nicht gesund an. Ja gut, da bin ich auf dem zweiten Platz. Habe jetzt nur noch die nette Gerlinde vor mir. Äh, ne, unseren Bulli. Bulli heißt er ja. Habe ich vergessen, Entschuldigung. Äh. Bulli möchte aber auch noch gerne irgendwo gegen eine Wand fahren. Das macht ihm unheimlich viel Spaß. Aber leider, ähm... Nicht so viel wie mir und deswegen hat er es jetzt doch nicht gemacht. Scheiße. Obwohl doch, hat er... Ist in die Garage reingefahren. Ist dann professionell... Bisschen was fast zugestoßen. Ist natürlich jetzt schlimm zu hören. Aber für den momentan... Ja, sag mal, ist ja gut, Günther. Muss jetzt hier... Ach, jetzt nenne ich ihn Günther auch noch. Ja. Gut, dann ist das eben Günther Bulli. Ach. Ach. Ja, Baby, das mache ich gerne. Ja, das war ein bisschen zu viel des Guten. Ja, und was gucken wir mal, was das denn jetzt hier für eine Mega-Ulti ist. War das jetzt schon die Mega-Ulti? Weil das hat ja jetzt nicht so viele Leute umgesägt. Und ehrlich gesagt, muss ich jetzt hier gleich rumleiden, weil, äh... Da irgendwer meinte... Die Ulti nicht hart genug machen zu müssen. Sag mal, da habe ich für drei Punkte ausgegeben. Und da ist nichts passiert. Ist ja unglaublich, du. Mensch. Normale Attacken sind effektiver meistens als so eine Ulti. Außer diese großen Kühltürme. Die sind natürlich, ähm... Die haben eine große Fläche. Also können die auch ziemlich eine große Menge verschweißen, sag ich jetzt mal. Und es sieht auch noch gigantisch aus. Also das kann man Ulti nennen. Aber das, was da eben war, das... Wird... Ne. Ne, 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 ne. So, Gerlinde hat uns überholt. Und das ist gar nicht gut. Denn, äh... Es sind nur noch 14 Sekunden bis zum Take Down, wo wir wieder auf die Fresse bekommen. Und da hoffen wir doch natürlich, dass sie wieder langsamer fährt. Ja, und sie hält für uns an. Mensch, ist das eine nette oder ist sie nett? Ja, sie ist nett. Und dann haben wir doch professionell den ersten Platz befahren und können glücklich sein. Ja, da hab ich schon ein bisschen Punkte. Könnte ich mal gleich gucken. Und da war irgendwas mit 65 Credits. Das heißt, noch zwei Rennen und dann hab ich einen neuen Wagen, oder wat? Gucken wir mal. Was sagt er denn? Steht ihr die irgendwo? Nächster Wagen in 65 Credits steht oben die ganze Zeit. Hehe. Ich seh's nicht. Ja, ich fahr die ganze Zeit diesen tollen Wagen. Mal gucken. Ich fahr ihn einfach mal weiter. Hab dabei jetzt ja noch nicht so große Verluste einbüßen müssen. Können wir erstmal mit Leben, können wir erstmal mit weiterfahren. Ja, ist sehr gut. Ja, das hab ich auch wieder nicht mitbekommen, dass ich jetzt gegen so einen dicken Truck fahren muss. Weil da sind in der Tat diese anderen Dinger besser, diese Bullys. Zwar bist du da, obwohl ne, da dauert das jahrelang, bis du da irgendwas geschissen hast. Weil mit dem hier, da kannst du mal hier kurz schnell durchfahren. Und dieser Bulli, der ist mir irgendwie so lahm gewesen auf der Strecke. Ich weiß ja nicht, was ich für einen habe, aber die... Junge! Die anderen hatten auf jeden Fall bessere. Und so ein Crash, der ist, glaube ich, hoffentlich zu verzeihen. Obwohl eigentlich die Kombis sehr wichtig sind, dass du, ähm... Der Bulli... Weiß ich jetzt gar nicht, ob das bei der Aufnahme noch drin war. Weil auf jeden Fall bei den Bullys war das ja so, dass sie die blauen Dinger schlucken können. Aber bei den roten nur explodieren. Und ich explodiere, glaube ich, auch schon bei den blauen Dingern. Dafür habe ich jetzt eine wesentlich schnellere Karre, die auch eine schnelle Beschleunigung... Und hoffentlich auch eine schnelle Bremse hat. Weil dadurch... Hat man natürlich gewisse Vorteile. So. Den Wagen hätten wir dann auch... Ich glaube, durch die roten Dinger sterbe ich auch noch mit dem Wagen. Also irgendwie ist das... Danke! Da hat der nette Luri... Der nette Luri, der hat uns gerade das Leben gerettet. Ich nenne ihn mal Luri. Weil er nämlich für uns in die Karre reingefallen ist. Ja, und Luri 2 und 3 haben das gleiche gerade auch gemacht. Ich finde das ja sehr sympathisch und sehr nett von denen. Wow, ich sehe hier überhaupt nichts mehr, du. So schnell kann es kommen. So schnell kann man erster werden. Und so schnell kann man glücklich sein. Mal gucken, wie viele Credits wir bekommen. Und mal gucken, ob das denn jetzt auch schon reicht für unsere... 64 Punkte waren es, glaube ich. Oder wie viele waren das? Ah, nur 50 Credits, ja. Sag ich ja, zwei Rennen. Zwei Rennen, so fahren. Ist realistisch. Dann können wir uns einen neuen Wagen angucken, den ich natürlich testfahren werde. Oh ja, den werde ich testfahren. Egal wie scheiße er aussieht. Oh, egal wie... Ihr wisst schon. HanselFX350 Channel. Vielleicht kriege ich den Wagen als nächstes. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus als Sportwagen. Ja, und die haben sehr, sehr viele Wagen im Sortiment, wie man sagen muss. Das ist schon eine sehr große Leistung. Ich glaube, die Leute brauchen so... Also wenn du einen Typ so an so ein Spiel dran setzt, jetzt meinetwegen. Und der einen Wagen, allein hier so ein Wagen, den wir fahren, ähm, designen muss, dann braucht er dafür ein bis zwei Tage. Weil der Buta, der Buta, der Kollege hier auf dem Kanal, der hier ja auch ganz viele Videos hochstellt, sogar mehr als ich in letzter Zeit, ähm, der war in so einer Spielewerkstatt als Praktikant. Und, äh, da hat der Typ auf jeden Fall ein, ein oder zwei Tage dran gesessen. Wow, 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 jetzt aber halblang hier, Digga. Digga, ey, das ist mir auch aufgefallen, dass so sauviele Hamburger immer Digga sagen. Auf jeden Fall diese jüngere Generation. Sonst ist mir das nirgendwo aufgefallen. Also zumindest bei diesen YouTube-Videos. Da gibt's ja diesen Bescheuerten da. Wie heißt der Kollege nochmal? Hab ich vergessen. Äh. Ja, auf jeden Fall sehr viele von denen. Die auf YouTube da so rumgammeln. Puh. Aua! Oh, das muss ja jetzt nicht sein. Da hat der arme Papa wieder auf die Fresse bekommen. Tja. Zum Glück zerstören uns Feuerwolken nicht. Dadurch bin ich jetzt noch Erster. Was passiert hier jetzt? Aha. Hä, wie? Was meint der mit diesen 38 Sekunden? Ey, was fahren wir denn? Ach so, wir fahren ja gegen die Strecke. Ich fahr hier so die ganze Zeit lang, laber irgendein Kappes und mir ist halt noch gar nicht aufgefallen. Ja, das ist ja jetzt nicht so der beste Platz, aber dadurch kriegt man trotzdem genug Credits, die wir auch brauchen für unseren neuen Wagen. Ja, 25 Sekunden. Ja, 25 Sekunden. Ja, ich drücke schon seit Jahren Enter. Oh ja. Ja. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Den werden wir jetzt auch direkt mal testfahren in unserem Cobretty Cascade. Und in dem Elite-Rennen werden wir den natürlich direkt fahren. Im direkten Vergleich sieht man, dass die Beschleunigung etwas schwächer ist. Dafür können, kann er angeblich, äh, bessere Maximumgeschwindigkeiten erreichen. Was natürlich, äh, gut sein kann, ne? Ja, da müssen wir erstmal die ganze Strecke nochmal in die Luft jagen und dann können wir auch in die Los fahren. Ja, die Strecke kommt mir jetzt erstmal unbekannt vor, aber in wenigen Sekunden werde ich... Was? Was ist das denn hier? Warum sind hier so viele Bäume? Achso, wir sind die Strecke letztens bei Nacht gefahren, deswegen sind mir die ganzen Dinger gar nicht aufgefallen. Ja, äh, unser alter Hammer, der muss da hier nochmal ein bisschen Leute rammen. Ich muss sagen... So schlecht finde ich den Wagen gar nicht, der gefällt mir ganz gut. Hat auf jeden Fall eine stabile Fahrweise, glaube ich. Ja, leider sind wir trotzdem nur Vierter, das finde ich jetzt nicht so schön. Wir werden hoffentlich... Ah, da hätte ich wieder die angebliche Ulti zünden können. Und nochmal, hätte ich die angebliche Ulti zünden können? Nein, 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 nein. Ich dachte schon, ich hätte gleich wieder hier diese Zahnräder in mich drin setzen. Äh, das hätte ich... Oh. Ja gut, das ist jetzt nicht die Strecke, wo ich gedacht habe, dass sie ist. Nein, da fährt man nochmal einen extra anderen Weg. Nimm ich nicht an den Kühltürmen vorbei, wo ich meine Ulti, die ich jetzt gerade zünden könnte, zünden hätte können tun. Was ich aber gleich machen kann, ist eine andere Ulti zünden und die ist viel besser. Oh, hier kann man herfahren. Muss ich jetzt nur noch irgendwie an meine Punkte kommen. Ach, das kriegt schon noch hin bis zu dem Punkt, wo man die Ulti zünden kann. Jawoll, rollo. Oh ja, es ist jetzt nämlich gleich... Ah, da. Da haben wir uns nochmal selber professionell ausge... Ausgebrennt. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich sie jetzt vielleicht zünden kann. Okay.